Und ein herzliches Willkommen zurück beim vierten Versuch, endlich einen Gegner zu finden. Ständig ist mal rausgeflogen aus dem Netz. Kein Ahnung warum. Hier bei Super Smash Bros. Ultimate mit mir von der YouTube. Let's Plays als Hobby. Und bis jetzt... Zwei weitere Spieler. Jetzt haben wir wieder drei Spieler. Okay. Dabei kam es mir vor, als wäre das Internet gerade nicht so rosig. Oder der Server, je nachdem. Schauen wir mal. Okay, los geht's. Oh. Mit Dani kämpfe ich zusammen gegen Matthäus und... Lalo. Oh. Ich hasse das Ding. Oh. chose ich auch. Oh, okay. Ai, 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 ai. Tschüss! Ah! Alles muss ich alleine machen oder was? Ah! Ah! Nicht doch! Aua! 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 Hatte mich getroffen ey! Aua! Aua! Ah! Aua! 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 oh okay Ah, komm. Jawoll, hat sie gemacht. Yes, Baby, wieder gewonnen. Sehr schön. Yes. Super gemacht. Vielen Dank. Hey, jetzt haben wir doch wieder über sieben Millionen. Das finde ich gut. Wunderbar. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Das war schon wieder ein Kampf bei Super Smash Bros. Ultimate mit mir von der YouTube. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und seid wieder dabei beim nächsten Mal. Viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.